So, da hinten sind gleich Hunde, die müssten wir ausschalten. Okay, da sind wir wieder. Hallo. Nächste Runde. So, okay, WB. Da vorne sind Hunde, die müssten wir so ausschalten. Die werden wir nicht lautlos werden. Bereit? Ja. Aua, Elfe. Ich muss nachladen. Schön. Ah, der hat mir gleich die beiden kleinen Lebensleisten rausgezogen. Okay, schauen wir mal ganz schnell. Wir müssen hier vorne weiter. Warte, das ist so dunkel, dass ich kaum was. Oh, das ist ja gar keine Nahkampfwaffe. Also ich habe Nahkampfwaffe. Ach so, okay. Dann musst du das jetzt übernehmen, weil ich habe keine. Ich habe nur eine Flair für ein bisschen Licht. Okay. Hopp, da ist wieder eine. Ich glaube aber, das ist eine Hive. Ja, das ist eine Hive. Lass uns dran vorbeilaufen hier vorne. Ich habe ungerne einen Beamenschwarm an meinem Hintern. So, op. Zombie, den kannst du ausschalten. Hinter uns ist auch noch einer. Okay. Weiter geht's. Okay, das muss relativ nah hier sein. Da, in dem Haus ist das anscheinend. Es ruckelt bei mir nur so ein bisschen. Halt, 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 halt. Ja. Hat er bei mir die Option vielleicht geändert? Ja. Er hat es bei mir wieder auf hoch gestellt. Kein Wunder, dass es so ruckelt. Ich ändere das gerade auf niedrig und brauche jetzt ganz kurz ein paar Sekunden, dass der das übernimmt. Ich kann jetzt gerade mich nicht bewegen. Okay. Ja, ich dachte eigentlich, das wird das Spiel automatisch drin haben. Muss ich beim nächsten Mal gucken, dass es übernommen ist. So. Na? Na? Ach, komm schon. Das Spiel, ich kann jetzt gerade nur warten. Ansonsten drumherum gerade noch alles sicher? Ja, ich bin gerade schon... Ich bin schon weitergerannt. Nein, ich bin im Haus, also hier vorm Haus. Naja, okay. Da drinnen ist aber irgendwas. Das klingt nicht gesund. Okay. Das klingt echt wie ein Warzenschwein oder sowas. Das könnte vielleicht sogar der Batscher sein, wer weiß. Vielleicht haben wir ihn schon getroffen jetzt. Ah, ich würde so gerne jetzt spielen, aber er macht das nicht. Die Options. Blödes Ding, jetzt mach hin. Das kann ja nicht sein, dass er so lange braucht, um es wieder runter zu scullieren. Bei hoch könnte ich es ja verstehen, aber nicht bei runter. Ich verstehe derzeit nur rum. Ja. Ich warte jetzt gerade, wie gesagt, dass er runterskaliert, damit ich wieder flüssig spielen kann, aber derzeit hat sich hier noch nichts geändert. Ich bin immer noch, ich habe Apply gedrückt, seitdem hänge ich im Options-Menü. Das komme ich da nicht auch. Ich komme da auch nicht mehr weg. Ich nehme an, wenn ich jetzt aus dem Spiel gehe, würde ich auch eh, würde der Hunter wahrscheinlich einfach sterben. Dann stehst du allein da. Weiß ich jetzt nicht. Oder du wartest halt. Weil da ist nämlich hier so ein komisches Riesenvieh bei dir gerade vorbeigelagt und hat nichts gemacht. Okay. Jetzt bin ich da und ich bin tot. You're down. Du musst mich wiederbeleben. Ja, ja. Bin schon drüber. Okay. Ah, danke. Hast du was? Zum wieder, äh, zum, zum heilen? Mhm. Nee. Glaube nicht. Ich guck mal nach. Was hab ich denn da? Dynamit. Nee. Hab nichts. Ja, komm mal her. Wie kann ich denn dir das jetzt geben? Was hast du denn da? Ist das nicht, äh, ist das nicht, äh, Antidote oder so? Nee, Vitality Shoot. Okay. Ja, brauch, brauch ich gerade auch nicht. Ich hab noch eine volle Leiste. So, kommst du mal mit? So, komm mal mit. Ja, Moment, da bist du. Okay, da drin ist auf jeden Fall ein Hinweis. Wirst du das? Definitiv, ja. Da ist was. Das klingt nicht gesund. Ja. Da magst du recht haben. Aber ich habe so das Gefühl, wir müssen da rein. So oder so. Da, es ruckelt immer noch wie Sau. Mensch. Der ist ja hart. Es ruckelt gerade sogar mehr als vorher. Bei mir hängt jetzt gerade alles. Okay. Ich nehme an, dass er vielleicht, dass daran liegt, dass er vielleicht jetzt gerade die... Warte, das ist jetzt gerade echt scheiße. Ich kann gerade nicht wirklich was tun. Okay. Ah, Technik! Oh, ich habe einen Schuss gehört. Okay. Ähm, sollen wir da reingehen? Ich bin oben auf dem Dach. Ich bin gegenüber auf dem Dach. Warum? Weil da waren ziemlich nahe Schüsse. Deswegen bin ich mal kurz gucken. Okay. Ah, ich habe eine Heilung gefunden. Ah, ich kann jetzt gerade echt nicht wirklich spielen hier mit dem. Es ruckelt halt zu viel. Also, ich weiß nicht, ob ich hier wirklich flüssig spielen kann. Ich schaue mal durchs Fenster, ob ich da was sehe. Da ist eine Armour drin, auf jeden Fall. Wir könnten den vielleicht beim Schuss durchs Fenster erledigen. Der Hinweis ist auf jeden Fall auch drin. Ich könnte eine Handgranate reinwerfen. Na, ich würde, wie gesagt, einfach vielleicht das Fenster hier durch das Fenster schießen. Wenn er sich hier vorne gleich wieder zeigt. Ich glaube, der ist jetzt rechts, oder? Okay. Hast du den? Ja. Sehr schön. Jetzt noch einer. Direkt vor der Tür. Hilfe! Okay. Alter, dieser Leck ist so schlimm gerade. Ich muss echt gucken, dass ich da was jetzt kriege. Bist du da reingekommen? Durch das Fenster. Ach, natürlich. Gleichzeitig macht Steam gleich mal ein Update. Ja, klar. Warum auch nicht? Blöde Steam. Das brauche ich jetzt nicht. Ich muss echt nach der Runde ganz kurz eine Pause machen, damit ich hier den gesamten Technik-Scheiß mal hinkriege, damit ich mich vernünftig spielen kann. Hast du den schon aufgenommen? Ja. Dann schaue ich mal auf die Karte. Okay, das war ein Hinweis zur Spinne. Das ist doch Spinne. Okay. Ja, ich würde sagen, wir machen hier Richtung Healing Waters Charge. Ich bin halt gerade die ganze Zeit nur in Stockmotion. Ja, dann machen wir mal ein kurzes Break und dann kann sie das machen und dann machen wir mal. Ich versuche es gerade mal hinzukriegen. Moment. Ja. Okay. Willst du das jetzt auch weiter aufnehmen? Ja, hat gesagt. Ich werde mich irgendwie... Okay. Ich werde mich irgendwie durchschlagen jetzt. Ähm, okay. Jetzt ist die Tür offen. Healing Waters ist links. Sicher, ich sehe da keinen. Wo ist es? Da hinten ist was. Okay. Jetzt sehe ich, wo der Hinweis ist. Na? Geht nicht. Oh, Pferde. Oh, Hunde. Egal. So, bist du hinter mir? Ja. Sehr gut. So, da geradeaus ist irgendwo der Hinweis. Dachte, hätte ich einen Zombie gehört. Ja, da ist auch einer gewesen. Also. Okay. Hier vorne ist das Tor. Gleich zwei Hinweise. Das könnte gehen. Bist du bei mir? Ach, da bist du. Du bist tatsächlich schon weiter. Okay. So, jetzt da vorne lang. Vorsicht, da sind wieder Zombies und so weiter. Ähm, du hast die Nahkampfwaffe. Ich habe keine. Ich glaube, jetzt bringt es mehr, wenn du mir, wenn du jetzt den Nahkampf machst. Ich habe sogar ein Messerregime. Sehr schön. Halt, 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 halt. Ja, ich bleibe hinter dir. Das ist ein Bienenschwamm und so. Ah, ein Hive, okay. Da links haben wir, glaube ich, nur einen normalen Zombie, ne? Da könnten wir rein. Ansonsten müssten wir die Hive halt mit Waffengewalt ausschalten. Oh. Okay. Da ist noch einer. Ein Hive? Ja. Hier, eine von dem müssen wir ausschalten. Wir müssen irgendwie reinkommen. Da, da. Schön. Oh, gleich mit Raben. Die Vögel gleich miterwischt. So, okay. Wollen wir mal schnell. Hier links ist der... Was? Okay. So, gerade hier können wir, glaube ich, Munition nachholen. Nee. Eine Lampe. So, okay. Bist du noch hinter mir? Warum, du gehst nur, ach, das ist wo unten, oder was? Ja. Ich weiß es nicht, aber es gibt auf jeden Fall eine Treppe auf deiner Seite wieder hoch. Im Notfall gehen wir da wieder runter. Äh, gehen wieder hoch. Du musst natürlich wieder in den Keller gehen. Nachts, wo Zombies und alles kreuschen fleuchen. Ja, natürlich. Ich meine, die Zombies sind ja wohl oben. Nehme ich an. So können wir uns vielleicht an den vorbei fuseln. Äh, fuseln. So. Da links ist auf jeden Fall der... Der Hinweis. Mhm. Oh, es ruckelt noch alles. So, hier vorne durch die Tür müsste es sein. Oder ist hier noch? Ich glaube, durch die Tür ist, äh, geht es wieder hoch. Ist zugeschlossen. Okay. Okay, dann gehen wir hier vorne weiter, oder? Oder da ist Exit East, da könnten wir auch weiter. Brauchst du noch... Ah, hier, Health already full. Ich höre Pistolenschüsse. Ich lasse die... ...Latäne jetzt mal hier. Okay, sauber. Okay. Lass uns nicht zu schnell hier... ...rausrennen. Bestens ein bisschen aus dem Licht bleiben. Oh, da ist ein Heiden. So. Dann geh ein Stück zurück. Wir haben jetzt noch nicht gehört, wo die ist, ne? Die, die, äh... ...die Pistoleros da. Okay. Also wenn wir jetzt auf die Hive schießen, wissen die anderen auch, dass wir da sind, ne? Also entweder wir machen das und nehmen in Kauf, dass die uns jagen können, bevor wir das mit ihnen machen. Oder wir suchen einen anderen Weg und versuchen die irgendwie abzuholen. Was meinst du? Hier ist ein Tor, rechts ist ein Tor. Da kommt ein Zombie gerade aus. Also ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück, da wo die Cemetery war, hier unten. Ja. Und da kann man ja auch noch rüber gehen. Vielleicht finden wir da einen anderen Weg lang. Sodass wir nicht direkt, äh, bei denen... ...in Gefahr, äh, laufen. Hier, da ist ne Treppe hoch. Oh, sieht doch cool aus. Wie ist das denn? In den Mofen. Geht's nochmal runter? Okay. Nein! Mach mal auf der anderen Seite auf. Ich komm sonst nicht durch. Halt. 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 Okay. Exit West. Haben wir da was? Nee. So, da. Wir sind auch recht nah an dem, ähm, an dem Hinweis. Ja. Hinter uns sind die Schüsse. Okay, versuch du leise zu sein. Wir gehen danach zu denen. Noch sollten sie uns nicht bemerkt haben. Okay. Okay. Web-Update. Catfish Grove oder Slaughterhouse? Ähm. Da rechts, guckst du, siehst du? Da ist noch ein Hinweis. Ja, ja. Da könnten wir hin. Da könnten wir hin. Nicht auf die Dosen. Okay. Links ist noch heute Zombies, aber die sind weit genug weg. Okay, das ist nicht weit. Das schaffen wir. Wir sind immer noch hinten und schießen. Ich glaube, die Schüsse kommen aber näher, oder? Ja, kann sein, ja. Da rechts. Ach, Krematorium, wie ich sowas hasse. Schlechte Erfahrungen mit dem Ort hier, ne? Ja, allgemein, ne? Krematorium, Leichen und Nacht und Zombies und mh. Ja. Aber wir haben den letzten Himmelweis für dieser... Für die Spinne, glaube ich. Okay. Na, okay, das ist... Das war der anscheinend für den Butcher. Okay, müssen wir mal weiterschauen. Also, wir hätten eine 50-50-Chance, wenn wir nach der... Nach der, ähm... Spinne suchen sollten. Ja. Die ist entweder im Slaughterhouse oder im Catfish Grove. Die sind beide relativ nah beieinander. Ja, dann machen wir das mit der Spinne mal. Mit der Spinne, okay, gut. Dann müssen wir... Aber die Spinne haben wir ja schon gesehen, ne? Das warst du ein Schweinbrich-Uckern mal sehen. Ein Butcher? Ja. Dann entscheid du. Ja, ich glaube, es ist am einfachsten, zu der Spinne zu kommen. Aber ich nehme an, dass da deswegen auch einige sind. Ich würde vielleicht gucken... Sehen wir vielleicht einen... Na, siehst du irgendwo noch einen Hinweis? In der Nähe? Nein. Dann würde ich sagen, gehen wir zu der Spinne. Da haben wir relativ gute Chancen, sie zu finden. Äh, wir müssten... Hier. Wir gehen... Alles gut. Wir gehen hier vorne hin. Holen den Planwagen. Da holen wir die Munition und die leben wieder. Und dann, äh, gehen wir zu Catfish Grove. Hinter uns. Okay. Oh, nächster. Hilfe. 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 Ah. Hatte keine Muni mehr. Okay. Okay, da hinten ist der Planwagen, glaube ich. Ja. Da können wir Munition und, äh, Leben wiederholen. Kommst du? Ja. Sehr schön. Und dann auf zu Catfish Grove. Also, nachts hat das Spiel noch ein bisschen anderes Flair, finde ich. Ja, das stimmt. Ein bisschen bessere. Also, ich finde, ich mag beide, beide Karten. Ich, ich finde tatsächlich tagsüber ein bisschen besser. Aber ich mag beide Sachen. So, hier haben wir schon mal Ammo. Und. Leben. Health already full. Okay. Kann ich nicht nehmen. Schade. Habe ich jetzt wieder eine Handgranate? Ich weiß nicht. Okay. Nein, ich will eine Handgranate haben. Okay, dann lass uns mal los. Scheiße. So, immer so ein bisschen auf der Karte gucken. Ich kann ja jetzt diesmal nicht nach einem... Doch, da hinten ist ein Hinweis. In die Richtung können wir laufen. Deviant Ranch. So, der gibt uns dann entweder nochmal für den Badger oder die letzte, den letzten Aufenthaltsort für den, für den, für die Spider. So oder so, er bringt XP. Scheint wahrscheinlich da in der Nähe zu sein. Scheint wahrscheinlich da in der Nähe zu sein. Bist du noch da? Ja. Oh, Schüsse von rechts. Oh. Ja. Aber ziemlich nah. Dann lass uns mal hinter das Haus hier rennen. Okay, wir haben den Badger gefunden. Der wird gebanished. Wo? Guck mal auf der Karte. Komm schnell hin. Ich will zum Schwein. Aber, das sind die, da kamen die Schüsse her. Genau. Aus der Richtung. Geht dann los. Weißt, der gibt nur eine Bounty, ne? Ja, ist egal. Ich will das Schwein sehen. Wenn der noch da ist. Ja, 16 Prozent. Gerade. Dann lass uns aber versuchen, nicht zu laut dahin zu rennen. Dass die uns nicht sofort bemerken. Auch wenn die, die werden definitiv schauen, dass die, äh... Oh. Ilva. Nahkämpfer, bitte. Okay. Wir sind aber relativ nah dran. Ich will nur gerade nicht schießen, deswegen. Oh, ne Hive. Ne Hive. Ähm. Zu viele Feinde. Hast du geschossen? Ja. Ah. Sie schießen auch. Sie schießen auch. Ich brenne. Blöder Kerl. Ja. Ja, damit sind wir wahrscheinlich tot. Also, ich kann gerade nichts tun, ne? Ich hab sehr wenig Leben. Und kann mich gerade nicht heilen. Ich muss erst mal in Deckung gehen. Ach. Du lebst noch? Ja. Alles gut. Ich muss das Burning erst mal wieder stehen, damit ich mich wieder richtig heilen kann. Das wär's gerade mit mir gewesen. So, okay. Okay. Okay, ich seh, ich seh einen. Von den Leuten, die da Wache schieben. Der läuft oben über die Planken. Ach, klar. Du Arsch. Oh, nicht bin tot. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Go, Mephisto. So. Okay. 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 So, ich hab Bounty. Oh, sehr gut. Dann versuch an den Extraction Point zu kommen. Wo ist es? Auf der Karte so ein schwarzer Kreis mit dem Pfeil. Ah, alles klar. Am Extraction Point musst du dann 20 Sekunden durchhalten, bevor du rausgeworfen wirst. Wenn du es schaffst, hast du die Bounty und kriegst Belohnung. Nicht wie hin? Okay, ich hab Bounty. Ich hab den erst abgelenkt, angeschossen und dann ist er wieder so abgehauen. Okay. 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 I'll find those click. Nein, nein, scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe es gleich geschafft. Ich sage es einfach mal YOLO. Du musst jetzt auf das Schiff oder auf das Boot oder? Du musst da einfach nur dran. Dann kommt eigentlich so ein Timer, der runterläuft. Jo. Huuuuh. Deckung. Zielen. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Yeah. Checker! Bounty is me. Ja, Nacht gefällt mir besser. Eindeutig. Ich finde beides sehr gut. Wie gesagt, ich mag eigentlich den Tag, aber können gerne auch wieder Bounty in der Nacht machen. Ja. Warte ich mal, bis du wieder soweit bist. Ja, es ladet noch. Ich will mal gucken, was ich gekriegt hab. Na komm, Leute. Oh, schwein. Oh, juhu. Okay, take the survivor. So. Okay, was haben wir denn? Also, ein Killed. Ein Hive-Kill? Ach ja, mit der Handgranate. Ja, ja, genau. Lol. Den Hunter, den ich jetzt hatte, ne? Den hab ich jetzt erst mal auf Level 8. Boah, okay. Dadurch gekriegt. Oh, eine Firebomb. New Item Unlocked. Okay. Und 461 Gold. Ähm. Ich hab 18 Zombies getötet. Cool. Ja, hat sich definitiv schon gelohnt bei dir. Ja. Na gut, das sehen wir dann mit Snorri. Da krieg ich nächstes Mal auch eine Bounty. Das sehen wir nächste Runde. Also dann, tschüss. Juju, ciao, ciao.